Wer sich im Laufe seiner Karriere im englischsprachigen Ausland bewerben möchte, benötigt ein Coverletter. Der Coverletter ist das zweitwichtigste Dokument in deiner englischen Bewerbung, um mit dem deutschen Anschreiben gleichzusetzen. Ich bin Mirko von Bewerbung.net und zeige dir Schritt für Schritt, wie so ein englisches Anschreiben aussehen sollte. Der Coverletter, manchmal auch Coveringletter oder Letter of Application genannt, ist das Äquivalent zum deutschen Anschreiben. Eine bloße Übersetzung deiner deutschen Unterlagen ins Englische ist allerdings nicht möglich. Neben der Sprache gibt es noch einige Feinheiten im Inhalt und Aufbau, die wir uns in folgenden Nähe anschauen werden. Bevor du jedoch mit der Erstellung deines Coverletters beginnst, sollte dir klar sein, für welchen englischsprachigen Raum du das Anschreiben benötigst. Der britische Coverletter unterscheidet sich sprachlich vom amerikanischen Coverletter. Lass uns das englische Anschreiben also Schritt für Schritt durchgehen und uns die wesentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten anschauen. Sprache und Rechtschreibung sind besonders wichtig. Oftmals wird das englische Anschreiben von Personalern bereits als erste Arbeits- oder Sprachprobe gesehen. Es sollte daher frei sein von jeglichen Fehlern und ein ausreichend hohes Sprachniveau enthalten. Beim Sprachstil wird ein klarer Satzbau mit kurzen und prägnanten Sätzen bevorzugt. Verschachtelte Sätze, wie wir sie im Deutschen gerne nutzen, sind daher unerwünscht. Vermeide zudem Substantivierung und passive Formulierung. Während du deine Kontaktdaten im Deutschen Anschreiben entweder rechtsbündig oder auch etwas moderner in der Kopfzeile unterbringen kannst, ist es beim Coverletter durchaus auch eine Option, diese linksbündig aufzuführen. Zudem kannst du optional auch deinen Namen weglassen, da dieser auch in der Grußformel komplett bereits dargestellt wird. Tipp! Deine Telefonnummer sollst du immer mit der deutschen Vorwahl plus 49 angeben. So müssen Personaler nicht für jeden Bewerber einzeln noch die Vorwahl heraussuchen. Die Angabe des Datums im Coverletter sorgt oft für Verwirrung unter Bewerbern. Der Grund ist, dass sowohl das Format als auch die Platzierungen im britischen und amerikanischen unterschiedlich sind. In der britischen Version wird sie linksbündig nach dem Empfänger platziert und in der amerikanischen Version rechtsbündig nach dem Absender. Wie du siehst, weist die amerikanische Schreibweise eine Besonderheit auf. Der Monat wird dem Tag vorangestellt. In der britischen Schreibweise ist es ähnlich wie im Deutschen. Anstelle der Punkte werden hier Bindestriche genutzt. Wichtig! Achte bei der amerikanischen Schreibweise darauf, ein Komma zu setzen zwischen Jahr und Tag, wenn du den Monat ausschreibst. In der britischen Schreibweise hingegen wird keine Kommasetzung verlangt. Im amerikanischen Coverletter verwendest du im Gegensatz zum britischen Coverletter keinen Betreff. Im britischen Coverletter wird der Betreff wie in der deutschen Version vor der Anrede untergebracht. Grundsätzlich sollte dein Coverletter einen Umfang von einer DIN-A4-Seite mit drei bis fünf Abschnitten nicht überschreiten. Als Richtwert gelten ungefähr 400 Wörter. Falls kein direkter Ansprechpartner aus der Stellenanzeige hervorgeht, versuche auf jeden Fall, den entsprechenden Namen zu recherchieren. Es kann auch ein Anruf beim Unternehmen weiterhelfen. Wenn du selbst nach gründlicher Recherche keinen Ansprechpartner ausfindig machen konntest, stehen dir folgende alternative Anredeformen zur Verfügung. Dear Sir or Madam or Dear Recruiting Team To whom it may concern ist eine Form, die du eher vermeiden solltest. Sie ist sehr unpersönlich und hauptsächlich Teil einer bloßen Massenbewerbung. Hast du den entsprechenden Ansprechpartner ausfindig gemacht, benutzt du die direkte Anrede. Dear Mr. oder Dear Miss Ist die persönliche Ansprechpartnerin verheiratet, ist die korrekte Anrede Dear Misses Wenn du dir nicht sicher sein solltest, ob sie verheiratet ist, wähle die sichere Variante und nutze Dear Miss Akademische Titel solltest du in der Ansprache immer berücksichtigen. Beachte, im britischen Englisch verwendest du keinen Punkt bei der Anrede, im amerikanischen Englisch kommt aber zwischen das Mr. oder Miss ein Punkt vor dem Namen. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der bei der Begrüßung des Coverletters eine Rolle spielt, ist die Kommasetzung. In der britischen Version wird gar kein Komma gesetzt, in der amerikanischen Version hingegen setzt du einen Doppelpunkt nach der Anrede. Beachte dabei, dass der nächste Satz immer mit einem Großbuchstaben beginnt. Bei dem Inhalt des Coverletters geht es genauso wie im deutschen Anschreiben darum, die alles entscheidende Frage zu beantworten. Warum bist ausgerechnet du der ideale Kandidat für die Stelle? Auch hier sollst du darauf achten, nicht einfach deinen Lebenslauf zu wiederholen. Profiliere dich mit deiner Expertise und deinen Erfolgen, die du idealerweise mit konkreten Fakten und Ergebnissen belegen kannst. Erfolge, die mit Zahlen belegt werden können, sind im Coverletter besonders wertvoll. Prahle ruhig ein wenig mit deinen Erfolgen. Deine Mitbewerber werden es auch tun. Wie im deutschen Anschreiben gilt, der Coverletter sollte individuell an die Stellenausschreibung und das Unternehmen ausgerichtet werden. Ist der Ansprechpartner bekannt, wählt man für beide Versionen im Englischen die wohl verbreitetste Grußformel Your Sincerely. Yours Faithfully oder Yours Respectfully sind ebenfalls Alternativen, die du nutzen kannst, wenn der Ansprechpartner unbekannt ist. Wichtig! Nach der Grußformel wird in der amerikanischen Version das Komma gesetzt. In der britischen Version hingegen wird es weggelassen. Hoffentlich konnte dir das Video einen Überblick über die wesentlichen Merkmale und Unterschiede des Coverletters verschaffen. Als kleines Extra haben wir diesmal unter diesem Video hilfreiche Beispielformulierungen und einige wichtige Vokabeln zum Download verlinkt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns einen Daumen hoch da, abonniere unseren Kanal und drücke auch die Glocke. Solltest du Fragen oder interessante Themenvorschläge für uns haben, schreib sie gerne in die Kommentare. Thank you for watching and see you next time!